Erzähl mir was Neues, das kenn ich schon. Zeig mir was Neues, das ja hab ich schon gesehen. Das hier hab ich schon gesehen. Erzähl mir was Neues, das kenn ich schon. Zeig mir was Neues, das ja hab ich schon gesehen. Das hier hab ich schon gesehen! Erzähl mir was Neues! Das hier hab ich schon geliked, das hab ich alles schon geteilt! Hashtag! Hashtag! Et, 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 et! Hashtag! Et, 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 et! Reddit! 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 Also ich, ich hätte ja kein Fleisch mehr, ne? Ist aber nicht gut für den Körper, ne? Dank für die Umwelt. Das ist mein Junge. Und du so? Ich mach Projekte, Projekte, ich mach Projekte, Projekte. Ich wollt schon immer nach Berlin, immer nach Berlin, ich wollt schon immer nach Berlin, immer nach Berlin. Berlin, wer will denn heute noch Arbeit? Wir sind doch alle informiert. Wer will heute noch selbst denken? Solange WLAN funktioniert. Ich hab ein neues Startup, das relativ gut läuft. Sagt zumindest mein Berater, der abends mit mir seufzt. Räuft. Projekte, Projekte, ich mach Projekte, Projekte, ich mach Projekte. Projekte, ich mach Projekte, Projekte. Unsere Bäuche sind zu voll, unsere Herzen sind zu leer. Unser Akkus sind zu voll, unsere Herzen sind zu leer. Unser Akkus sind zu voll, unsere Herzen sind zu leer. Europa, 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 Mitteleuropa. Europa, Europa, Europa. Und da sind zu voll, unsere Herzen sind zu leer. Was für eine geile Welt, was für eine geile Welt, was für eine geile Welte hier in Europa. ja